Nebel im Schlossgarten, eine amerikanische Film-Diva, die durch ein rückwärts laufendes Oldenburg geht. Der diesjährige Filmfest-Trailer ist eine Hommage an den Filmklassiker Vertigo. Mehr noch, aber eine subtile Kritik an der Rückwärtsgewandtheit der Stadt. Letztes Jahr noch machte man sich große Sorgen beim Filmfest, weil die Stadt Teile der Fördergelder strichen. Dieses Jahr gibt es zwar wieder mehr Geld, auf die ursprünglichen 100.000 Euro Förderung kommt man aber nicht mehr. Bei der Präsentation des Filmfest-Trailers ließ Filmfest-Chef Thorsten Neumann durchblicken, dass es mit der Stadt durchaus noch Klärungsbedarf gibt. Der Streit, so es den Streit war, ist beigelegt. Und wie es sozusagen mit der Zukunft steht, ist leider davon nicht in direkter Abhängigkeit zu sehen. Denn auch ohne Streit müssen wir feststellen, wir haben ein zu geringes Budget. Wir haben in diesem Jahr kein Stück mehr, als wir im letzten Jahr hatten. Und da haben wir eben einmal kurz aufgerufen und haben gesagt, stopp, das geht nicht. Dafür haben wir uns schon zu weit entwickelt, als dass wir sozusagen so einen großen Schritt zurück machen können. Und dieses Festival so auf ein Level schrauben, wo es vor zehn Jahren das letzte Mal war. Und das Signal der Stadt, diese Kürzungen aus dem letzten Jahr teilweise wieder zurückzunehmen, hat uns veranlasst, das Festival wieder zu machen. Da stehen wir auch weiterhin voll hinter. Und wir machen das mit der Energie, wie wir das jedes Jahr machen. Aber es ist halt letztendlich an anderen Ecken wieder was weggefallen, sodass wir in diesem Jahr kein Stück besser dastehen, als im letzten Jahr. Aber blöderweise muss man dazu dann immer mal wieder erwähnen, in den letzten Jahren haben sich diverse Kosten, die bei der Organisation eines solchen Festivals anfallen, so dermaßen erhöht, dass wir eigentlich gar nicht über eine Wiederherstellung der eigentlichen Förderung des eigentlichen Budgets reden dürften, sondern wir müssen über Erhöhungen reden, um das zu erhalten hier. Und das muss auch in der Folge dieses Festivals dann stattfinden. Und ich hoffe aber, dass wir da irgendwie aus den letzten Streits und Diskussionen und Kämpfen irgendwie so gestärkt hervorgehen, dass man da jetzt auch offene Türen ein Lauf anrennen kann. Die internationale Filmpresseklatsch begeistert Applaus, der Rat kürzt das Fördergeld. Vor allem der Wert seines Festivals sei in Oldenburg zu wenig bekannt, findet Neumann. Ich verstehe das sogar selber manchmal. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das so einzuordnen, wenn man da ist, wenn man das miterlebt. Dann gehe ich in Cine-Car rein und denke, ja, es ist unser schönes kleines Cine-Car. Und dann musst du dir wieder bewusst machen, ah, warte mal, aber das ist jetzt ein Film, der läuft auf einem Festival, was weltweit unter die Top 5 gezählt wird für unabhängiges Kino. Da musst du erst mal sozusagen diesen Übersprung herstellen. Das ist immer schwieriger, das, glaube ich, vor Ort zu machen. Ich denke, das mache ich mal selber. Aber ich muss das wahrscheinlich auch öfters den Oldenburgern sagen, dass wir so gesehen werden. Weil wenn man sich mehr in bestimmte Filme hier reintraut, und ich sage das so traut, weil es gibt so eine Schwelle, Originalfassung, ich kenne keinen Schauspieler, da muss man sozusagen die Leute mit hinnehmen. Und wenn man das macht, dann kann das, glaube ich, noch viel, viel mehr Begeisterung auslösen und auch logischerweise an den Stellenwert hier vor Ort erhöhen. Thorsten Neumann sieht sein Filmfest als Spielball der Lokalpolitik. Denn der bekennende Filmfest-Fan Gerd Schwandner, auch im diesjährigen Trailer zu sehen, wird aller Orten bekämpft. Und das Filmfest sieht Neumann zwischen den Fronten. Es gibt viele destruktive Energie hier in Oldenburg. Und es gibt viel, also für mich ist das schwer verständlich, wenn jemand gewählt ist, der für acht Jahre im Amt ist, der sich nichts zu schulden lässt, kommen lässt, der wahrscheinlich sogar eine ganze Menge für Oldenburg macht. Aber das kann ja jeder sehen, wie er will. Dass man seine ganze Energie als Politiker darauf verwenden kann, den außerordentlich abzuwählen, das verstehe ich gar nicht. Also ich habe das so gelernt, dass Demokratie bedeutet, eine Opposition ist ein dazugehörendes Regulativ irgendwie. Und dann würde ich mich doch sozusagen in eine konstruktive Auseinandersetzung begeben. Das scheint hier nicht stattzufinden. Ich bin gespannt, was diese Kommunalwahl ergibt, wo einige sozusagen ein einziges Ziel ausschreiben, sich den Oberbürgermeister abzuwählen. Das kann sich mir nicht erschließen. Und da ist deine Frage natürlich komplett berechtigt. Wir haben das im letzten Jahr so ein bisschen so erlebt, dass offensichtlich das, was unser Oberbürgermeister ganz offen gut findet, eine Angriffsfläche bietet für andere. Und wir haben im letzten Jahr so aus dem Nichts heraus so eine radikale Kürzung gehabt, wo mir dann im Nachgang zur Erklärung immer gesagt wurde, ja, wir müssen sparen. Und ich dann gesagt habe, ja, aber wartet mal, das ist doch diese 5 Prozent, die auf alles gelegt werden. Wir werden hier gerade um 55 Prozent gekürzt. Das kann doch gar nichts damit zu tun haben. Auch wenn es Abstriche geben wird, soll das kommende Filmfest das Niveau der vergangenen Jahre halten. Wir versuchen schon irgendwie so das wiederherzustellen, was wir in den letzten Jahren immer hingekriegt haben, dass es so fünf Tage ein Fest ist, dass wir sozusagen das Kino feiern, dass wir uns alle darauf freuen können, Dinge zu entdecken und nicht so die ausgetretenen Pfade weiter zu begehen. Und dazwischen gibt es natürlich aber dann auch eben große Sachen. Wir werden eine Eröffnung in der EWE Arena in diesem Jahr machen, was natürlich spektakulär ist, wo ich mich sehr darauf freue und hoffe, dass dann eben auch die Oldenburger alle da sind. Da brauchen wir über 1000 Zuschauer. Aber aus dem letzten Jahr habe ich so das Gefühl, wir haben sozusagen einen ganz guten Rückhalt hier. Und ich hatte so das Gefühl, dass unser Oldenburg sehr irgendwie hinter uns steht, gestanden hat und steht. Und deswegen freue ich mich auf so etwas wie eine Eröffnung mit 1000 Zuschauern. Wir haben einen wunderbaren Ort mit der Lamberti-Kirche neu als Gala-Premiere für einen Film, der so perfekt in so einen Ort passt. The Way, das ist eine Geschichte über den Jakobsweg mit Martin Sheen und Deborah Anger, die bei uns ja im Trailer auch mitgespielt hat, die auch hier sein wird beim Festival. Also da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Ich glaube, es wird wieder so dieses nahe Miteinander von Publikum und Gästen und das Miteinander. Also die Leute sind alle nahbar und ansprechbar. Und das wissen die Oldenburger, sie sind ja eigentlich ein zurückhaltendes, höfliches Volk. Aber da entsteht sozusagen etwas, was ganz besonders ist.